Ah, ja, ja. Emergency Supplies. Aha. Na, wat kommt da? Wat kommt da? Komm schon, ich weiß, dass ihr da seid. Oder halt nicht. Dann nicht. Dann laufen wir halt. Wo bist du? Ich bin's. Nicole. Bestimmt nicht. Ach so, hier sollten wir ja sicher sein. War der nicht hier? Was ist denn mit der Kontrollroll... Ach so, ja, ich soll ja die Monorail nehmen. Was? Moment. Wow. Ich hab den Gegner doch gehört. Und ich hab mich tatsächlich doch noch erschrocken. Meine Güte. So, jetzt gehen wir erstmal wieder zum Shop. Händereibende Aktion hier. Haha. Ja. Dann verkaufen wir erstmal den Halbleiter. Die überflüssige Strahlen-Munition, die wir noch bei uns tragen. Nee, so. Eigentlich würde ich jetzt gerne noch den neuen Anzug kriegen, aber... Jetzt können wir auf jeden Fall auch schon mal die Medipack-Mittel holen. Aber dafür haben wir noch genügend. Und jetzt erstmal noch volle Energieknoten. Wunderfällig. Auf geht's. Treten wir's durch die Luft. Oh, in die Luft. Monorail. Ich komme. Aufgabe erfüllt. Und das heißt für uns... Wir sind mit dem Kapitel 3 fertig. Kleppity, kleppity. Abgeschlossen. Speichern. Fortschritt. Sicherlich. So. So, so. Kurs-Korrektur. Ich mach das jetzt besser zur Sicherheit auch auf dem ersten Spielstand. Weil ich hab immer wieder Angst, dass Fraps das irgendwie doch nicht mitmacht. Okay, wir sind jetzt bei Kapitel 4. Bevorstehende Vernichtung. Schrägstrich, äh, Dash, Dash, Brücke. Nee, Quatsch. Slash, Slash. Slash. So. Finden Sie Schemate, um neue Waffen und Gegenstände im Shop zu kaufen. Weil die Ladezeiten so überdimensional lang sind. Müssen Sie irgendetwas für uns machen, was wir unten immer wieder für Sie einblenden werden. Wir möchten jetzt von Sie, von Ihnen, heben Sie Schemate auf, um den Shop Objekte hinzuzufügen. So ähnlich stand das vorhin noch. Okay, was ist hier kaputt? Isaac, kommen Sie. Kendra hatte recht, das AA-System ist total abgeraucht. Ich brauch Ihre Hilfe, um das zu reparieren. Kendra, wenn Sie mich hören können, versuchen Sie bitte, die Schiffsprotokolle einzusehen. Scheinbar haben Sie von dort aus besseren Zugang. Wann wollten Sie uns von dem Artefakt erzählen, Hammond? Sie wissen schon, dieser Marker. Davon weiß ich nichts. Er wird in den Berichten des Käpt'n erwähnt. Sie haben ihn vom Planeten hochgebracht. Er ist auf dem Schiff? Im Frachtraum. Sie glauben, er stammt von einer außerirdischen Intelligenz. Keine Ahnung, was es ist. Ach was. C.E.C. wusste nichts darüber? Sie lügen doch. Augenblick mal, ich bin hier nicht der Böse. Wir sind gerade alle etwas aufgewühlt. Sie werden mir einfach glauben müssen, dass ich nichts darüber wusste. Wir haben das Trümmerfeld erreicht. Bringen Sie uns zum Cockpit des Käpt'ns. Ich werde Ihnen später alles erklären. Hammond, out. Die haben dann über irgendein Scheiß-System geredet. Über das AA-System. Ach, herrje. Na ja. Wir haben uns hier gerade verletzt in unserem tollen Battle. Dann können wir das auch direkt mal nutzen. Pulsprojektive und Kredits mit Z am Ende. How we do measure success. Ja, toll. Atrium. Alle Besucher müssen sich einem Sicherheitsscan unterziehen. Machen wir das doch. Die Branche des USG-Ishimura ist eine gesetzte Location. Alle Personal müssen einen Sicherheitsbioscan passen, bevor es zu entdecken. Bitte gehen Sie zur Runde und warten Sie an die Instruktionen von dem Officer. Danke für Ihre Kooperation, das Ishimura-Security-Team. Ja, ich glaube nicht, ob man... Also es wäre wohl nicht gesund, sich hier irgendwo anzustellen. Unserem Kollegen da vorne, der hat auch zu lange gewartet. Da vorne ist ein Shop am... Oha! Alles klar! Ich stelle mich hier garantiert nicht in der Schlange an. Weil da drin wartet eine Schlange. Und die ist nicht von Menschen gemacht. Wie nervig, wie schlimm. Wie neif... Wie neif... Wie neifem aufreibend. Genau, wie nervenaufreibend. Egal. Strahlen-Munition. Achso, die haben wir jetzt so bekommen. Gut. Schön. Dann haben wir gerade doch ein kleines Medipack aufgenommen. Wo ist das denn? Achso. Ja, wir haben es gerade benutzt. Sorry, Leute. Es hat alles seine Ordnung. Egal. Willkommen. Ach ja. Wie immer hat man mir etwas gesagt. Nämlich, dass es ab Kapitel 4 ist, richtig losgeht. Dass es ab Kapitel 4 ist, ab Kapitel 4, es richtig lustig wird. Tomorrow is a good idea. Na, wenn ich mich hier drüber schaue. Es geht. Das ist ein Fehler. Klar. Warnung. Bruch in der Hülle registriert. So, Scheiße. Isaac, Einschlag auf der Brücke. Genau zu deinen Füßen. Ich sehe schwere Schäden. Die Eindämmung sollte aber okay sein. Die Lebenserhaltungssysteme sind stabil. Wir müssen jetzt das AAS zum Laufen bringen. Ja, ich bin hier nicht allein. Ich bin hier nicht allein. Wo muss ich denn jetzt hin? Nach der Runde? Ach so. Wehe, wir sollen das weg jetzt an der Reparierung reparieren. Leute, das macht mich nicht wieder richtig. Das mache ich nicht sauber. Das mache ich nicht. Oh. Na, Herr. Okay. Ich bin hier nicht.